Wie wäre es eigentlich, wenn wir uns einen Helikopter holen? Wir hätten einen rufen können. Ja. Warum bekommst du diese Idee? Auf halbem Wege. Immerhin habe ich die Idee bekommen. Vielleicht runterspringen noch. Ja, nein. Springt mal vor, ich habe Angst. Wie öffnet man den Fallschirm? Linksklick, wenn du mit. Muss ich mit Faust fliegen, oder kann ich auch einfach so mit? Oh, nein. Er ist nicht richtig abgesprochen. Hä, nein. Ich hatte keinen Fallschirm. Ich hatte keinen Fallschirm, was ist das denn? Kein Fallschirm. Okay, Axel. Dann machen wir vor. Ich will was probieren. Da sind Balken. Ja, hast du die nicht gesehen? Ja, du auch nicht. Klar habe ich die gesehen. Ja, jetzt. Ja. Nein, vorhin auch schon. Warum sagst du? Noll. Jawohl. Jetzt kannst du auch den Hubschrauber rufen. Er springt einfach runter. Nicht gegen die Wand. Pass auf, nein. Bist du blöd. Alles klar. Nein, nicht gegen die Wand. Klatsch. Don't. Jetzt könntest du landen. Wow. Wow, Leute. Ich habe selbst geschehen, an mir gezweifelt. Das geht es. Fuck. Wie das alles sagt. Oh, Luca, der Server wurde aufgrund eines unerwarteten Fehlers geschlossen. HA! Ihr Forzen! Okay. Meinst du, ich hab beim ihr Forzen-Sagen grad ne Rolle nach rechts gemacht, und Rolle nach rechts hab ich dummerweise mit Sprachzeit gekiemen, weil ich hab grad den Typen mit Rocket League gesagt, dass sie Forzen sind. Hahaha, jetzt liegt der Pelle, oder? Fuck, ihr Forzen! Lasst uns nicht das für den Zehn, das geht um den Kreis! Hahaha! Hahaha! Alter, du bist. Er kommt wieder runter. Klatsche. Okay, Sören! Geschafft! Oh, wir haben's geschafft! Zurück zur Mauer, Leute! Ich bin tot! Ich hab's! Oh, Sören! Das hört sich verarscht! Ich, äh, beweg mich zurück! Ah, sie kommt! Lauf! Nein! Lauf! 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 Nein! 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 Ohhhhhhhhhh! 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 Oh, fucking chill, alter Mann! Das will ich nochmal machen, alter! In der Juke-Vollzugs-Ansteig kannst du zwei Ziger retten, für... Ein kleines Pferd am Top! Was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinderabwehr? Nein! Ich hab die Explosion weggepackt! Hahahaha! Ohhhh! Das ist mir so... Bitter gewesen! Hahahaha! Klapp ruhig! Alles ist geplant! Ich merk's! Hallo! Fuck man, warum hab ich das getan? Das hat nichts gemacht! Wer wurde da entdeckt? Wer wurde da entdeckt? Du? Da unten? Das bist du! Das bin ich nicht! Ich bin auf der anderen Etage! Dann heißt es, du schlägst dich dann selber! Wer hat da unten einen Leichensack versteckt? Danke, Axte! Danke, Axte! Hahahaha! 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 Danke, Luca! Danke, Axte! Allein, diese totale Stille, wer hat da unten den Leichensack versteckt? Danke, Axte! Hahahaha! Oh! Hier ist ein... Laufhausen! Macht einer den Bohrer? Ich hab Laufhausen bekommen! Ja, einer von euch macht den Bohrer? Ich hab... Ich hab irgendwas noch aufgesammelt, ich weiß nicht, was das war. Ich hab grad Laufhausen noch... Findet die Adresse... Achso, wahrscheinlich sind da auch noch Dinger drinne... Ich hab Blaupausen grad... Ja, ich hab's gehört! Ja! Ich hasse, wenn ich keine Antwort bekomm! Hahahaha! Glaub mal! Zähl mal! Ey, ich hab Blaupausen! Ja! Hahahaha! Hahahaha! Rampen! Dann Salen, der geht entweder Heaven, oder beim wahrscheinlich Heaven! Bei einer Ramper kann er auch von Lobby kommen! Na stimmt! Kann überall kommen eigentlich! Hab ich verarscht! Hahahaha! Warte! Nee! Gehen zwei Schritte nach links! Und aim einfach nur Dinger! Einfach nur links ab M! Und jetzt geh da hin! Geh da hin! Geh da hin! Geh vor! Geh da lang! Geradeaus! Jetzt! Fünf Meter nach vorne! Lass ihn jetzt einfach spielen! Jetzt! Einfach da ab M! Warten bis er defused! Vorher musste ich nicht zeigen! Ist er echt? Na ja, kannst probieren! Also ich glaub immer noch! In der Afrika bist du da gewesen! Wieso? Hörst du die Bombe falsch? Ja! Hör sie raus! Wo ist die? Ich such dich! Ich such dich! Dann habe ich das safe! Bombe! Die beep genau hier! Vertraue auch mal! Hat sie desarmt! Pick up! Ja desarmt! Das klang genau dann desarmt! Achso! Warte auf mich! Auf! Was ist krass! Äh ist der Postal Channel Tester unten hier drin! Ja! Aha! Und? Timo ist afghan geworden! Afghan Timo for the win, Alter! Und ich denk so! Okay! Kannst jetzt mal ne Schluck trinken! Und dann fall dir bei ihr runter! Ich muss lachen! Sterb beinah! Ich muss aufgehauen gewinnt! Touché Fight! Wir sind halt die Besten! Ich bin mir ziemlich sicher das Fight ist! Und wenn ich ihn jetzt call und nachher soll ich irgendwie tot sein! Macht mal Fight weg, Alter! Ja! Ich hab Fight geböhnt, Alter! Kommis, glaub ich, Alter! Die richtige Mightgames! Also ich glaub das war der Sören, weil er schon wieder hier die Smoke geworfen hat! Ja, Sören hat ja gesprobt! Weil Smoke-Rauchgranaten auch so gefährlichsten! Ja! Da können sich Leute dran verirren! Oh! Das stimmt nicht mehr nach! Luca! Sören! Falt! Ich töte dann halt einfach alle, die ich sehe! Mein Gott! Wir lebten alles noch! Wie? Was war das denn? Das sah ja geil aus! Was war das denn? Ich hab Angst! Wie könnte man jemand nochmal in Ego-Perspektive zugucken? Ehre! Wie? Ehre! Ja! Ey Timo! Hey! Weißt du was Sören ist? Ich weiß es! Lass ihn mal richtig Gang-Rapen, Alter! Du kleiner Hurensohn. Oha. Ha, ist das geschehen? Er stand am Fensterbrett draußen, bis ich ihn übersehen habe und die Disco hat ihn rausgefetzt. Guten Tag. Hallo, ich bin der Detective, wollen Sie was kaufen? Ich hätte gerne eine Cola zum Mitnehmen. Ich kann leider nur Waffen anbieten. Okay, dann wie wäre es mit einer großen Schrotze? Timo, was ist passiert? Ich bin feinstammt neben dem Fenster, er hat hier die Luft gejagt, wollte mich mitnehmen, aber er hat sich nicht selber gekriegt, ich habe nur 5 HP.